Ich bin Alicia, ich bin 19 Jahre alt und spiele seit meinem achten Lebensjahr hier im WTAC Tennis. Ich habe gerade mein Abi gemacht, jetzt im Juli und bin jetzt eigentlich bereit, nach Amerika zu gehen. Dort möchte ich nämlich College Tennis spielen und ja, da sehe ich meine Zukunft.